Großeinsatz für die Feuerwehr in Emden. In der Nacht zu Donnerstag ist ein Wohnhaus in Flammen aufgegangen. Der Notruf erfolgte laut Mitteilungen der Feuerwehr gegen 23.30 Uhr. Die Hausbewohner sollten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht haben, teilt das Newsportal Nonstop News mit. Das Haus wurde durch den Brandschwer beschädigt, es soll zunächst unbewohnbar sein.